So, wir werden jetzt etwas langsamer, aus dem einfachen Grund, weil das Auto nicht mehr schafft. Wir haben hier nämlich jetzt einen Anstieg. Kalama liegt 2300 Meter hoch. Wir fahren jetzt hier über diesen Pass bis auf 3500 Meter und dann wieder 1000 Meter runter nach San Pedro auf 245. Bis zum nächsten Mal.